Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-Strategiespiel- und Zwergenfreunde. Zu befehl. Unverzüglich. Vorwärts. Sieger. Feindlicher Angriff. Feindlicher Angriff. Warten wir einen Moment. Warum habt ihr nicht gerufen? Die sollen weggehen. Eurer Versuch einsam einig. Okay. Äh, das bin ich jetzt nicht so prickelnd. Verstärkt die Deckung. Halte durch, Männer! Unserer Stamm! Gott sei Dank macht der nicht so viel Schaden. Die sollen weggehen! Brüder, helft mir! Was denn? Soll ich hin? Macht sie kaputt! Arbeit! Unsere Stadt! Schlag sie zurück! Schlag sie zurück! Sie sind in der Stadt! Das war unsere Belagerung. Verstärkt die Deckung! Das ist echt gemeint, dass viel kann kämpfen. Unsere Stadt wird angegriffen. Wird sofort ausgeführt! Sie meinen es ernst! Sie verschwindet! Ein Gegenangriff! Ich fühle sie! Unsere Stadt! Schlag sie zurück! Ah, die halbe Stadt brennt. Nicht schön. Vorwärts! Ihr könnt nicht vorbei! Folgt mir! Warum haben die sich gerufen? Was denn? So, reparieren wir lieber mal die Felsschleute. Aber ich hoffe, dass... Halte durch, Männer! Geht schneller, als sie neu aufzubauen. Was ist denn? Auf mein Kommando! Sie meinen es ernst! Auf meinem Befehl! Oh, da ist noch ein niederer Seelsspiel. Wo kommen die her? Ja! Wo ist meine Gräule? Ah, wir können auch jetzt... Wo ist ein Haupthaus? Wo ich es finde? Das müsste hier unten eigentlich sein, oder? Ja. Ich riesige in der Nähe. Eure Verrückte! Darf ich die raus? Ja! Was wollen die? Auf mein Zeich! Schnell, bringen wir es zu Ende! Warum habt ihr nicht... Ganz ehrlich, mach wir es so. Bereits! Und bloß! Mir nach! Was wünscht die Rune? Alles klar! Schlaft sie zurück! Sie sind überall! Schließ die Reihen! Schließ die Reihen! So, repariert doch das! Äh... Und ich hätte gerne erstmal mehr... Werfung! Auf mein Zeich! Kommandier Rune! Vorwärts! Zur Ehre Aronius! Was wollen die? Ich habe jetzt nur keine Ahnung, wie ich das am besten machen sollte. Wo kommen die her? Okay, ich nehme mal meine Werfer mit. Was? Wie? Wie? Auf meinem Befehl! So, ihr baut mir eine neue Belagerungswerkstatt. Vorsicht! Auf mein Zeichel! Und los! Mir nach! Ich muss diese Affen loswerden. Bereits! In die Schlacht! Wo ist meine Keule? Kämpft! Verteidigt euch! Hier! Folgt mir! Für die Freiheit! Was ist passiert? Auf mein Kommander! Folgt mir! Das wäre die Unschön, dass da ein Niederer Seen steht und ein Greif geistert. Schon mal ein Greif! Für die Rune! Und los! Vorwärts! Vorwärts! Folgt mir! Vorwärts! Bringen wir es zu Ende! Wo kommen die her? Was wollen die? Folgt mir! Vorwärts! Vorwärts! Okay, da sind immer noch zwei versteinert. Was? Wie? Geht's los? Äh, nein. Was? Wie? Ähm? Was ist? So. War schön! Bereits! Und los! Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Sofort! Da ist noch ein Seenstein. Sofort! Für die Runde! Zu sterben! Ich hoffe mal nicht, dass der Seensspiel da lang geht. Hier! Sofort! Für die Rune! Was denn? Ja! Auf mein Zeichen! Mir nach! Nein, der kommt da wieder zurück. Okay. Vorwärts! Zur Ehre Aronius! Ach nö, der rennt jetzt voll in die da rein. Auf mein Zeichen! Ich bin hier! Ich bin hier! Von mir aus! Verstanden! Der biegt da unten ab. Auf meinem Zeichen! Zur Ehre Aronius! Was ist? Gut, der biegt da unten ab. Verschwindet! Ich rieche, ihr Name! Doch, ich kann ich eigentlich in die Richtung schicken. Hier, mir nach! Für die Freiheit! Dann könnt ihr schon mal hier aufkommen. Wo ist meine Keule? Zu Befehl, verstanden! Oh, da habe ich nicht mitbekommen, dass ein Held gestorben ist. Auf meinem Befehl! Vorwärts! Hier! Ah ja. Schnell! 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 Auf mein Zeichen! Sofort! Lass sie mich vor! Verschwindet! Da ist der Tor zum Plündern, okay. Was wünscht ihr, Ola? Alles klar! Was sagt unser Quest-Log? Noch immer sind die deaktiviert, hoffe ich mal. Auf meinem Befehl! Sofort! Und los! Sofort! Noch mehr Affen! Da kommt, glaube ich, schon wieder... Ne, da kommt ein... Wieso kommt da hinten rum ein Scharpriester? Wo ist meine Keule? Was denn? Was ist passiert? Darf ich töten? Was wollen die? Die sollen weggehen! Bereits! Und los! In die Schlacht! Zurück mit euch! Was wollen die? Verschwindet! Also ja, langsam geht's mir auf die Nerven. Mach's nicht! Okay, ich hab'n Belagerungstypi verloren. Die sollen weggehen! Verschwindet! Wie? Verschwindet! Verschwindet! Jawohl! Was ist... Auf meinem Befehl! Sofort! Oh, da kommt jetzt auch wieder ein größerer Angriff. In die Schlacht! Ich hab' Truppen... Ziemlich viele verloren. Achso, ne halt, ich hab'n Belagerungsspezialist... Also ne Belagerungseinheit verloren. Ich würd' sagen, zwei Champions. Auf meinem Befehl! Sofort! Mann, können wir jetzt bald mal bitte diesen blöden Tempel finden? Und los! Vorwärts! Was ist? Was ist? Verstanden! Dankeschön! Ja, schön! Tomass! Da... Da... Untertitelung des ZDF, 2020